Hallo zurück bei Magica, ein bisschen wie so eine Gewürzmischung mit Geschmacksverstärkern fällt mir gerade auf. Folge 4, wir haben gerade den Waldtroll besiegt und müssen durch das Tor gehen und wir sehen wir haben ein Level geschafft, aber das hätten wir hier noch mitnehmen können in letzter Folge. Hätte, hätte, ne? So, oh, Kapitel 2, Angriff. Bei Fuß. Das Schöne ist, Fruksgogur, Skog heißt schon Wald, sondern Nebelwald, Wald, quasi. Ja, das ist diese Feinheit. Ja, aber setzen müssen Sie sich ja trotzdem, das weiß ja kaum einer. So wie, ich gucke Video. Ich gucke mal mal die Skilette da. Ja. Das sieht aus wie das Werk von Goblins. Oh, Flath! Flath! Der kein Papier ist! Müsstet Vorsicht walten lassen. Weiter vor befindet sich das erste Dorf auf eurem Weg nach Hanfen. Die Bauern sind deutlich sonderlich freundlich, aber versucht nett zu gehen zu sein. Nicht zuletzt sind sie unsere Lebensgrundlage. Was ich hier? Wir sind immer nett. Wo warst du, wo der Troll da war? Echt. Oder Flath. Pass auf, jetzt verschwindet der nur wieder. Na. Bist du sicher? Der kommt doch jetzt mit, oder nicht? Wie alt ist der jetzt mit? Oder auch nicht. Oh, was haben wir denn da? Boah, ich brenne. Moment. Oh, ich brenne. Na toll. So, pass auf. Äh, W, A, Sack. Am Excalibur ist ja noch der Stein dran. Wie geil. Ja, das stimmt. Ach, klasse. Ja, gut. Hast halt nicht rausgezogen, ne? Was sind das für riesen Dinge hier? Der Stab. Das sieht alles immer so anders aus. Ich bleib bei meiner scharfen Klinge. Klasse. Okay. Hier ein Wagen. Gut. Kaffee, die fehlt noch. Ja, ja. Was? Was ist das? Die müssen wir noch heilen. Shit. Ach, sie kann sich ja noch schlechte Rips heilen. Stimmt. Hoppale. Ja, ja. Das ist scheiße. Bumm. Bleib doch mal stehen. Vorwärts, Dublin. Wie im Diablo. Oh, soll ich. Was mach ich denn? Scheiße. Ah ja. Oh. Ups. Aua. Ich geh mal auf Seite. Ich hab schon mal aufgepasst, dass uns niemand in den Rücken fällt. Sehr gut, sehr gut. Ich lasse meine Feuerladung hier hinten ab. Okay. Ja, ich komm ja. Hier können wir nichts nehmen. Ja, Topheli, richtig herrlich. Das erinnert mich an Schwenke aus der Jugend, wo wir auch die Feuerladung hinten rausgelassen haben. Ach ja. Oh, da kommt noch welche. Noch mehr, glaube ich. Ich sehe gar nichts mehr. Ich hab den Finger zu lange auf weh, weil ich immer gehen will. Deswegen. Heile. Oh, ich bin immer. Achtung, erst frosten. Feuer und Flamme. Ich bin drüben. Der hat mich da drüber geschossen. So geht's auch. Aber ich hätte auch das Frosten genommen. Okay, also meiner die Tür. Hinfocht. Ich bin nicht richtig angezogen. Lass mich mal hin. Lass mich mal hin. Lass mich mal hin. Lass mich mal hin. Naja, okay. Gibt nix. Blöde Bauern. Unfreundlich. Oh, was passiert? Na? Schwarzer Bildschirm. Es muss spannend werden. Oh, Kontrollplash. Ach, das Dorf. Warum seid ihr hierhergekommen? Zauber machen nichts als Ärger. Das weiß doch jeder. Taucht einer auf. Die nächste Physikatur ist auch nicht weit. Hm. Ein Typ im Grabenswerkstatt hat mir eigentlich... Grabenswerkstatt. Ja. Aufgabe an die Zuschauer. Woher ist das? Ja, bloß war. Ich hab gepetzt. Als meine Lieblingsspieler. Ja, das stimmt. Irgendwo wird bestimmt noch ein Holzbein sein. Mit Sicherheit. Davon gehe ich aus. So. Was haben wir denn hier bei ihr? Nur gut, dass ich mich für Armut entschieden habe. Klasse. Weiße. Ah, so rede ich mir das eben schön. Ja, das stimmt. Eine verschlossen. Ihr wollt noch Not found. Oh, Mann, ey. Ja, ich hab grad getrunken, deswegen konnte ich, äh... Ja, hoffn. Ja, hoffn. Ja, hoffn. Ja, hoffn. Ja, ja, noch mal. Ist gut, ist gut, ist gut. Ist gut. Ist gut. Ist gut. Ah, okay. Wenn da einer draufklickt, den pfeffer ich mal. Ganz offensichtlich. Ein roter Hering. Ja. Warum habt ihr einen Bademantel an? Gute Frau. Wird wohl recht bequem sein. Ja. Ich hab mich für Armut entschieden. Wird ein Kampfer, Dumpfer? Da ist er doch. Guck mal. Komm. Ja. Das übrigens wird dein, ne? Genau. Ja, und die Schrift ist von Games Workshop. Ja. Das stimmt. Helmut? Wacker Crack? Das würde ich aber auch gerne wissen. Oh. Oh. Gefahr. Hau mal rein. Laut um euer Leben. Wunderbar. Hau mal rein. Ja, wir können uns noch nicht bewegen. Sonst wären sie schon längst platt. Was? Ähm. Hehehe. Gut. Entschuldigung. Oh, ihr brennt alle. Verdammt. Oh. Ich, äh, wo bin ich? Ich bin gesprengt. Da kommt noch ein paar. Ich bin gerade nichts zu tun an. Ich bin für mich wieder verliebt. Ich stehe gerade. Warte. Ähm. Müsste dafür noch mal ganz kurz. Moment. Ah, ich bin auch. Ich bin auch klappt. Schade. Moment. So. Oh. Oh, ein Setzer-Face. So. Ich hoffe, ich habe alle wieder überlegt. Ja, Paddy ist wieder da. Danke. 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 Nein, ich bin das Wasser. Paddy, ich kann mich heilen. Ich kann mich heilen. Ich kann mich heilen. Ich kann mich heilen. Du kannst mich nicht heilen. Ich muss... Doch, das geht. Blitz. Kann mir eine wieder überleben? Oh. Schöne, die kommt. Ich habe Paddy ins Wasser geworfen. Ich bin ja auch eben gerade ins Wasser gefallen. Ja, warte mal. Ich mache doch mal V und A und Space. Hoppale. Ja, ist kompliziert, ne? Danke. V, A, Space. V, A, Space. Up, up, Space. Willi, der App. Zafeli, ich heile mich einfach selber. Hehehehe. So, ist das alle gut hier, ne? Ey, heil dich woanders. Ich war's nicht. Okay. Ich habe in vollem Sauen zum Wasser gestoßen. Es tut mir leid. So, darf ich hier abstehen? Aber das hat irgendwie keine Wirkung, wenn ich dich heile hier, ne? Doch, ein bisschen. Bisschen? Ich mache dich lieber nass. Ich heile mich einfach selber. Okay, was liegt denn da für ein schöner Stab? Aber, nee, ich bleibe in der Stab. Boah, wer war das? Alter Schwede. Das war heftig. Warum bin ich jetzt nass? Weil ich dich nass gemacht habe. Danke. Soll ich dich elektrisieren? Nein, lass mal. Zu spät. Ich wollte nur per die Hallen. Excalibur habe ich jetzt, aber das wollte ich gar nicht. Ja, ich... Ach, was habe ich denn hier? So. Okay. Äh, ja. Naja, die Stäbe sind, weiß ich nicht. Was ist das jetzt für? Da ist meiner. Der L-Stab ist mir. Ja, gut. So. Fehler Teufel. Ja, das passt zu dir. Gut. Aufs Schiff konnten wir nicht gehen, ne? Nie aufs Schiff. Das heißt, geht oben weiter. Okay. Moment. Ja, ja, ja. Bei Games Workshop können wir nochmal reingucken. Habe ich schon versucht, ist leider verschlossen. Mhm. So, was ist das für eine Waffe? Können wir die aufsprengen? Ah, guck mal. Jetzt kann man so einen coolen Hammer nehmen. Der ist ein Stück besser als Excalibur. So. Ich nehme lieber scharfen Kleber. Eine scharfe Klinge. Aha. Gwar. Gwar. Will die mit Excalibur haben? Ja, dann nehme ich Excalibur. So als Kreuzritter, glaube ich. Ihr wisst, was Gwar ist. Nein, erklär es uns. Oder wer... Gwar war eine, äh... Ja, eine Splatter-Metal-Bands, die ganz viel mit Blut auf der... Bühne... Ah, mit Kunstblut auf der Bühne rumgesprattert haben. Hier liegt noch eine scharfe Klinge, wenn einer möchte, ne? So ein... So ein... So ein... Ich behalte die fern. Okay. Verstehe. Ja, aber auf jeden Fall immer so eine Horror-Splatter-Show aus der ganzen Sache gemacht. Ah, ja. Es überrascht mich, dass ich so weit gebracht habe... Der Fungskogorwald und die Vorausentschatten herrschen die Goblins. Seid auf der Hut. Aber sicher. Ja, voll. Ey, wir sind schon nichtsmal gestorben. Immer verpisst er sich. Ja, krass, ne? Waren wir überhaupt schon im Wald? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Ja, wir waren schon weiter, also... Echt? Ja, ja, ja. Bestimmt. So, mal gucken, was uns hier erwartet. Ist immer spannend. Wir kommen in eine neue Grafik rein. Oh, schön mit dem Lichtanfall. Sehr schön. Oh, oh. Hm? Da oben ist was. Redet einer mit dem Typ? Hey, Thor's Hammer. Ist das meine Frau? Nein. Ähm. Ich hoffe nicht. Nein, nein. Moment. Diese Trolle sind einfach fürchterregend. Aber eigentlich... Doch nicht. Ja. Aggressiv. Aggressiv. Okay, danke. Ja, wenn er nicht aggressiv ist... Aber komm, wir haben doch... Wir haben doch Zeit, oder? Wollen wir mal gerade. Rechts, rechts, rechts. Rechts, rechts, rechts. Ganz kurz. Ah, doch nicht. Äh. Ey, jetzt hast du uns zeigen gelotst. Warum geh ich denn so im schlechten Tempo wieder? Ich bin doch... Irgendjemand brennt. Wie bin ich denn? Ach, da. Alter, ich muss... Alter! Boah, bin tot. Ich war hinterm Baum, das war ja... Ich hätte gerne Wiederüberlebung für 100, bitte. Kommt. Danke! Schnell heilen. Ich finde schade, dass man den nicht direkt geheilt ist, aber gut ist ja realistisch. So. Zafeli. Ja. Man hat die ganze Zeit mit meinem Cyberdiskus dahin, da hast du jetzt Glück gehabt, dass ich aufgehört habe. Du rennst mir nämlich voll in die Schussbahn. Volle Möhre. Volle Möhre. So, aktivier mal. Ja, Kontrollpunkt aktiviert. Okay, lass uns noch den Troll machen. Kann man nicht überhaupt? Ja, mal gucken, was wir machen. Weil, wenn ich draufgehe, ist es nur untersuchen. Ob er mit uns spricht, warum er denn da die Elche töten spielt. Na gut, untersuch mal. Das ist der König des Waldes. Das ist der König des Waldes. Was passiert, wenn wir ihn angreifen? Wollen wir das? Oh. Oh. Ich glaube, dann ist er böse. Das wird der Sauer, ja. Aber ganz ehrlich, wäre ich auch. Oh. Alter Schawoke, ich bin tot. Und das hier auch. Das ist die Hauptsache. Das war... W... A... Ne, W... A... Danke. Ne, das war ich gar nicht. Das war ich. Das war ich. So. Heile, heile. Aber bei... Wunde, Salabunde. Ja. Muss ich auch die ganze Zeit am Ding. Aua. Als Feli. Ne, also bei Katja... Äh, bei Tafeli meine ich. Ähm. Bringt das irgendwie nicht so... Ne, ne. Ne, ne. Da ist doch mal tot der Elf. Ne, Jehdr. Achso, ja, das hatten wir doch schon. Mensch. So, gehen wir mal den Elch untersuchen, wa? Na gut. Das hatten wir auch schon. Liegt ein Schild. So. Naja gut. Viel Plunder liegt auf jeden Fall hier rum. Hier liegt auch, äh... Exponential die Boer wieder. Aber das hab ich auf der Hand, ne? Ich habe mal den Start liegen gelassen und mir das Schiff genommen. Wo liegt der Nixkalibur? Ach da! Wenn du Tab drückst, dann siehst du, was du in der Hand hast. Scharfe Klinge. Was muss man drücken? Alles klar. Jetzt habe ich eine heilige Schilde erhalten. Was? Tabulator-Taste. Dann kann man sehen, was man in der Hand hat. Ach, egal. Ah, okay. Ja, ja, Tabularasa. Ah, Schildschlag. Ah, mal. Also, scharfe Klinge. Okay, super. Das sieht gut aus. Und ich habe einen heiligen Schild. Ich habe einen Scheinheiligen Schild, habe ich. Der Teufel starb. Der musste ja kommen. Oh, es geht weiter. Also, wenn man in einer Reihe zu spielen will, dann kommt man nicht mehr auf den Weg. Oh, okay. Oh, hier gehen zwei im Nahkampf auf mich zu. Ach, ich bin gestorben. Oh, Moment. Äh. Nee, äh. So, da bist du wieder, hoffe ich. Danke. Es sind gerade ein bisschen viele bei mir hier. Ja, Hammer. Ich möchte nicht hetzen, aber wäre nett. Cool. Was war das denn? Weiß ich schon. Meine Pistole ist weg. Die müsste aber irgendwo noch umliegen. Die müsste da noch umliegen. Ja, keine Sorge. Was muss sie denn? Nein, ich brenne. Nein, 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 nein. So viel Zeit hatte ich auch gar nicht zu überlegen. Ah, W-A. Mann, Mann, Mann. Oh, ich bin scheinbar auch tot. Ähm. Hört ihr bitte. W-A. W-A-Space. W-A-Space. Hoppala. Danke. Nochmal bitte. Danke. Sehr schön. So, nochmal schnell heilen. Und? Ob ihr es glaubt oder nicht, aber es ist schon wieder eine Folge rum. Wahnsinn, ne? Wie die Zeit vergibt, wenn man Spaß hat. Moment, ich suche mal eine Pistole. Ja, ja, such du mal eine Pistole. Kein Problem. Bevor wir weiter gehen. Das stimmt. Ich brauche erstmal ein Aufnahmepäuschen. Also hier, Augenpause, ne? Versteht. Ja, was klar. Bis gleich. Tschüss. Bis später. Hey, Freunde. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann bitte noch bewerten. Dicken Daumen hoch für mich. Ist ja klar. Hier rechts findet ihr noch einen Weg, wie ihr zu meinem Kanal kommt. Und darunter ist ein Link, wie ihr mich hier direkt abonnieren könnt. Ich würde mich freuen. Außerdem seht ihr unten noch Wege, wie ihr in Kontakt treten könnt. Ich würde mich freuen, von euch zu hören. Bis demnächst. Ciao, ciao.